Was ist optimale Kommunikation? Optimale Kommunikation bedeutet, Komma das, ja so muss man die Kurve kriegen, bedeutet das, die richtige Information zur richtigen Zeit, dem richtigen Empfänger, ja Sie merken schon, das ist so ein bisschen wie die Logistikdefinition, warum, in verständlicher Form zur Verfügung steht, ja und in diesem richtig hier oben, die richtige Information bedeutet natürlich auch, dass die Information wahr ist, dass sie aktuell ist, das meint alles dieser Oberbegriff Richtige, ja, also die richtige Information zur, schreiben wir es hier lieber nochmal aus, zur richtigen, nochmal R, zur richtigen Zeit, dem richtigen Empfänger in richtiger Form, in verständlicher Form zur Verfügung steht, das ist optimale Kommunikation. Wollen Sie lernen ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank. Vielen Dank.